Sooo, gut, dann ist es wieder ein normales Level für DOOM, äh, für Friedoom. Was ist das Friedoom? Okay. Oh. War das klar? Klar, war das klar. Oh man. Hä? Ich hab keine Supershotgun? Ach ja. Ist ja Ultimate in der Gipserlake, ne Supershotgun. Geh schon wieder. Wollt ihr grad schon nach meiner Supershotgun greifen? Naja, musst du cool, ne? Äh, muss ich aufpassen, was ich dachte, wenn ich greife. Ha, geschafft. So. Oh, Alter. Drei offene Stellen. Da ist offen, da ist offen, da ist offen. Aber... Oh. Schön viel Shotgun. Ja, oder... Boah, Alter. Okay. Ich glaub, ich bleib bei der Waffe. Halt. Alter, wo denn? Ach ja, unten. Ha, ha, ha. Digga, viermal. Das ist der Wanderer. Das gefällt mir. Okay. Kann ich da jetzt einfach rüber laufen? Und das geht dann hoch, oder? Nein, geht nicht hoch. Ähm. Wie komm ich denn dann hoch? Ähm. Okay. Heißt ja so im Klartext, ich kann da noch nicht lang. Hätten wir das auch geklärt. Das war schon fast klar. Digga, wir haben schon sieben so ne Schachteln. Das ist nice. Das gefällt mir. Hier vorne aber auch ne ganze Menge. Alter. Hä, so viele Monster gibt's doch gar nicht in der Map. Obwohl, vielleicht kommen auch ein paar richtig starke Monster. Hier so Cyberdemon oder so ne. Ist zwar erst Episode 5, aber man weiß ja nicht. Alter. Ich dachte grad, das ist so ein Enemy. Aber das ist ein bisschen roh die Schädel. Dachte ich grad schon hin. Muss das was ich noch nicht kenne? Alter, jetzt guck mal her. Was? Ähm. Lol. Haha. Okay. Da ist ein Schalter. Okay. Wahrscheinlich geht denn hier ne Treppe hoch. Womit ich dann an den roten Skullbrand komme. Detektiv Conan und... Boah alter. Wow. Pfff. Die gehören glaube ich dahin. Der da dahin. Okay. Und ein bisschen Shotgun, sehr schön. Und wenn ich ganz viel Pech habe, ist das hier ne Falle. Weil hier gleich ein großes Monster rauskommt. Ne? Nein. Noch nicht. Okay. Gut. Ich vertraue dir nicht. Ja. War doch... Ne. War doch logisch. So. So. Danke. Ja. 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 Der ganze Boah. Na puh. Okay. Ist ja Custom Texture. Eben. Ja doch. Ist überall so. Okay. So. Roter Skull. Oh leck mich doch. Du fährst ja runter. Der muss ja springen. Oh. Haha. Okay. Schade. Das ist wieder verpackt und man kriegt darauf keinen Schaden. Auch wenn das jetzt im Lava geworden ist. Äh. Also zum Lava geworden ist. Ähm. Da geht's ihm runter, gell? Ja. Okay. Äh. Ja. Wir haben jetzt den roten Skull. Wir brauchen aber den gelben. Ist hier irgendwas, was rot ist? Ja. Geh nochmal her. Wow. Das war das einzige Secret. Ha. Ne. Wir haben da nur gelb. Da kommen wir nicht rü... Äh. Links kommen wir nicht rüger. Oh. Hier oben brauchen wir gelb. Hier ist noch was, was mit rot. Bin ich droben? Hat sich jetzt irgendwas geöffnet? Also halt falsche Richtung. Nein. Obwohl. Was für jetzt ist keine Verschwendung. War zwar nicht geplant, aber auch nicht schlimm. Ne. Hier war... Ach, das ist auch hier mal eine Tür. Achso. Ja, aber eine, die wir gar nicht aufbekommen. Hä? Was ist denn jetzt lang hier? Oh. Okay. Die Ding ist auch einfach mal mit hochgegangen. Oh, hier ist auch nochmal so ein Ding. Sehr schön. Also ich schritt hier nur noch von Dingern. Ding, Ding. Custom-Texture. Wobei es ist ja Frieden. Hier sind ja letztendlich alles normale Texturen. Oh, wieder so eine Symbole. Oh Gott. Ähm. Das gefällt mir gar nicht. Ich will die heiraten. Yay. Okay. Ähm. 3. Symbol. Rocket haben wir, ne? Ja. Doch. Alles aufgefüllt. Okay. Ähm. 3. Rocket haben wir, ne? Oh. Ah. Komm nur her. Fau dich mal. Ja, sorry. Muss das sein, weil der ist ja genau vor der Tür. Sonst kann ich wieder hier nicht anvisieren. Ach Gott, so ein Brot. Okay. Gut. Krieg ich wieder auf. Sehr schön. Oh. 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 Das sieht schon echt geil aus. Oh Gott, das war so klar. Das war so klar. Leckt mich doch am Arsch. Haben wir hier BFG? Ne, ne? Keine BFG? Wow, Granaten. Ne, keine BFG. Fuck, wir sind gefickt. Wir sind sowas von gefickt. Wir sind gefickt. Auf? Nein, noch nicht. Wow. Na komm. Ach ja, siehst du? Ha, ich schon wieder. Wir haben hier noch die ganze harte Munition. Dann nehme ich mal die lieber. Hä? Äh, ach so, hier. Ja, da geht der natürlich sofort. Das Problem ist nur, ich kann mit der halt nicht anvisieren. Ja, war dumm. Das war dumm. Ich kann mit der nicht anvisieren. Und vor allem, ich brauche halt... Ich muss halt wirklich die ganze Zeit drauf halten. Ist halt das Problem. Kann da leider nicht schnell genug in Deckung gehen. So, gehen wir erstmal anschleichen hier. Ja. Ja. Obwohl wir aber hier durch diese beiden Pfosten haben wir ja relativ viel Deckung. Vielleicht wäre es doch intelligenter, das Ding. Vielleicht wäre es intelligent, die Raketen zu benutzen. Da wäre eine Menge hier rum zu liegen. Da kommt so viele Fragen und keine Antworten. Das geht nicht gut, das geht nicht gut. Wow. Hab's gewusst, das geht nicht gut. Ah, Alter. Halt, stopp. So, hier erstmal speichern. Hier erstmal speichern. Speichern. Äh, ja, was machen wir jetzt? Was ist da hinten? Da ist ein Schalter, ein bisschen Munition und was blaues. Das blaue scheint ein Schild zu sein. Okay. Ist das Plasma? Ne, ist auch noch ein Schild. Schade eigentlich. AGM. Was auch immer AGM bedeutet? Wahrscheinlich wohl irgendwelche Initialien von irgendeinem Entwickler oder einfach irgendein Schriftzug, der da irgendwie random ist. Ja, ähm. Fuck. Die beiden Sachen, die im Überschuss sind, das da und das da, kann ich beide nicht benutzen. Weil ich da drauf halten muss und das kriegt halt, da ist halt, muss ich halt auch. Ich versuch's einfach nochmal. Kommt der jetzt? Ja. Ja. Fuck. Wollern eben. Es wird lange dauern, aber ich glaub das funktioniert. Fuck. Ja. Ja, ja, das war recht im roten Bereich. Oder dunkel-orangen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Hä? Oh. Oh. Oder ich hab mich einfach nur verguckt. Fuck. Oh, zweimal daneben geschossen. Kann sowas sein. Geht doch. Ich bin so aufgeregt. Ja, komm. Komm. Komm, komm, komm. noch tausend Punkte. Ja, das tut ganz schön weh hier. Komm, komm. Noch einmal und, oder? Ja. Ja. Zweimal, zweimal, zweimal. Jawoll. Okay. Was für die größte Verschwendung bisher meines Lebens? Wo wir jetzt in fünfmal daneben geschossen haben. Verkraftbar. Dafür haben wir Cyberdemon erlegt. Hoffentlich kommt nicht noch 50 weitere. Danke. Ja. Danke. 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 Erstmal die Munition einsammeln. Äh, da. Danke, danke. Oh, sind sie schon voll. Nice. So, hatten wir hinten noch Raketen? Glauben nicht. Hinten waren nur scharfe Munitionen, ne? Ja. Ja, genau. Nur scharfe Munition. Von der bis zum Glück auch noch die erste Menge haben. Also. Wow, Alter. Was mache ich? Alter, ich habe hier den ganzen Weg frei und darin ausgerechnet da lang. Hä? Ah. Okay. Gut. Dann rennen wir mal straight zum Schalter. Wobei, mal gucken, wie wir hier doch ein bisschen Ausschuhe halten. Außerdem ist er rot. Ach doch, wir haben ja rot. Ha. Gay. Gibt man hier Schaden? Nein, keinen Schaden. Okay. Oh nein. Wobei, das hält sich noch in Grenzen. Das sind ja bloß ein paar Imps. Sagte er und jetzt kam das. Wah. Falsche Taste. Lego Mio. Wo bin ich? Äh, da. Was ist ein Rennen? Was ist ein Rennen? Da ist ein Rennen. da haben wir nicht auf 10 sachen konzentriert überliegt die scheiß position rum ist doch gar nicht er ist zwar gut aber auch blöd natürlich war wow alter geht schon wieder zu sehr ab und konnte ich auch noch weiter ja das hier ist aufgegangen Wow. Oh Mann, ey. Ach, da ist auch aufgegangen. Nein, nein, nicht von hinten. Wo denn? Wo bist du? Hallo? Oh, danke. Alter. Okay. Ich glaube, wir haben es soweit. Ja, doch, sieht alles ruhig aus. Okay. Danke, danke. Ne, danke. Danke. Nein, dich nicht. Brauche ich nicht mehr. Aber hier waren irgendwo so kleine Dinger. Waren wohl bei der Asano-Seite hier irgendwo. Auch nicht. Okay. Hä? Moment mal. Was haben wir jetzt endlich bekommen? Wir haben den roten Schalter umgelegt. Was auch immer der jetzt gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal zurück. Und hoffen wir, er hat dort irgendwas geöffnet. Oh, ja. Die Dinger hier. Okay. Sehr nett. Alter. Kann ich vielleicht nochmal treffen? Du, antragen. Lecko mir. Jetzt spawnen die hier alle. Ne. Achso. Wut, 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 wut. Ja, genau. Ja, kommt. Ja, weißt. Aha. Genau, kommt zu mir. Geht mir schon wieder zu sehr ab. Ah, sieht gefällig aus. Ja. Wäre aber schon viel Munition, dann werde ich auch mal nutzen für die lastlichen 20 Gegner. Aber hoffentlich kommt kein Cyber-Deeman mehr. Munitionstechnisch würden wir es zwar vielleicht noch schaffen, aber nicht nerventechnisch. Okay. Ah. Ich roch schon eine Falle, deswegen dachte ich gerade schon, oh, das sind viele Potter. Was? Oh, achso, okay. Was ganz harmloses. Wobei, ach ja, wir haben ja wirklich einen super Shotgun. Okay, also doch hiermit. Ich will aber erstmal hier rein. Achso, wow, ist ja, wow, ist ja, wow, ist ja, wow. Und hier gibt es keinen. Ha, war ja klar. Nein. Oh, das ist ja unfair. Oh, alter. Gut. Komm, jetzt leck mich hier. Ah, nein, 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 nein. Ihr könnt mich alle mal. Okay. Jawohl. So, ich habe mir das vorgestellt. Nur halt nicht mit dem Ding an hier. Nein. Du hast mir eine blaue Dixer-Wuxeler weggemacht. Arschloch. Ah, noch ein Teleporter. Oh, okay. Mit dem gehe ich mal konform. Aha. Gut, ähm, ja, wir könnten zwei gebrauchen. Dankeschön. Hier gibt es wieder, na super, jetzt habe ich nur eine Rakete gebraucht und das wird eine riesige Verschwemmung. Ah, geschafft. Wow. Oh, Mann, 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 oh, Gott. Okay, bist du wacht? Hier, komm hier. Nein. Nein. Oh, Alter. Okay. Ah. Verstehe ich nicht. Oh, Alter. Ist mir ja gut hier. Oh, Alter. Oh, das ist ja schon Ende. Okay. Wie verlasse ich jetzt die Form? Ähm. Nee, Backslash ist ja hier Waffe entfernen. Äh. Ist noch was anderes? Oder einfach warten. Ich warte einfach mal. Wow. Weißt du? Wel? Die Gegner selber? Aha. Ey, der hat mein... Der hat mein Helf und Ammo zurückgesetzt. Der Hurensohn. Ja, nee, der nicht. Nö, das ist ja... Nö, also... Nö, 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 nö. Könnt ihr mal schön klicken? Könnt ihr mal schön euch selber in den... Allerwertesten, Allerwerten. Ach, komm mal her. Bin ich hier angelockt? Oh, dir gleich alles mitzunehmen? Äh, krieg ich nicht. Gut, alle beide. Dankeschön. Und jetzt bitte beide herkommen. Dankeschön. Ich werde ein Exempel statuieren. Bitte unhängt zu bleiben. Perfekt. Na, komm. Nein, noch nicht du, Mann. Du bist doch kein Gegner für mich. Ach, komm jetzt her. Dankeschön. Kommst du vielleicht mal hier, oder was? Ja, er kommt. Oder? Ja. Er kommt. Er kommt. Oh mein Gott, er kommt. So, was war hier noch? Hier war keine Rakete. Okay. Wow. So, perfekt. 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 Ach ja, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kam hier die ganzen, äh, 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 Lost Souls irgendwie. Ich frage es nur, von wo kamen die? Wo können wir uns gut verstecken? Ja. Wow. 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 Also, wow. Ach, von da kommen wir alle. Erlägt mich doch. Okay, kann ich hier von hier gut. Ja, die macht sich ja, hat mal alle Ginnertig fertig. Ich frage es nicht. Wie er einfach nicht rauskommt, lol. So, mein Problem ist, ich muss jetzt auch noch durch, ne? Kann man denn noch Gegner? Ja, es sind noch fünf Gegner. War das klar, klar, war's klar, klar, wie ich los, früher. Ah, kommt der. Ja, bringt mir jetzt eher wenig. Ah, wobei, wer weiß. Gibt's hier ein Secret? Hier gibt's nur einen Arschtritt. Leck dich doch. Wow. Okay, ein Gegner fehlt noch, aber hier ist das Ziel wahrscheinlich. Hier ist sowieso sowas von Secret. Oder auch nicht. Hm. Da sieht's voll nach Secret aus. Aber gut. Bevor kein Secret ist, da ist auch kein Secret. Okay, okay, dann heißt es jetzt Munition einsammeln und dann bin ich hier durch. Bin ich hier fertig mit der Welt. Dankeschön. Oh, das war's ja schon. Ja, das war's schon. Ha, okay. Okay, ähm, da haben wir, da haben wir, da haben wir auch, haben wir auch. Okay. Boah. Bin ich rundum zufrieden. Kann man so machen. Das bringt uns leider überhaupt nichts. Schade eigentlich, aber gut. Ähm, ich seh mal lieber die Waffe hier. Oh. Giet's noch so interessant aus. Na, ohohoho. Haben wir zwar schon, aber trotzdem geil. Alleine, alleine dieses Bild davon macht mich immer so. Muss ich haben. Aber gut. Äh, ja, in dem Sinne. Das ist ja auch mit V.